Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei avatar von tiers of pandora also eine sache werde ich hier umstellen und zwar die grafik einstellung mache ich ein punkt zurück weil es kamen zu kleinen rucklern gestern im stream und dementsprechend passe ich das jetzt wieder an also wir sind level 5 wir haben hier die nächste den nächsten hotspot gefunden auch neue quest so dann schauen wir mal wir haben wieder ein paar level 3 quest finder von einem erwähnten absturz ort ihr patrouille durch den seidenwald starte dann gucken wir mal diese mission wir sind auch immer zu fuß unterwegs wir haben noch immer noch nicht die quest für unser eigener ich kann Es ist sehr heavy, da wird die Hölbe durch kurzen das ist verstärken wir werden die Fähigkeiten jetzt ausbauen, dass wir bessere Materialien sammeln können und so leichter und dass wir halt mehr finden und so leichter und so leichter, dass wir vielleicht auch hier einigen, dass wir weitergehen können Jaaassss Oh, oh, oh. Okay. Oh, am neuen Lauf fährt hier die Waffe. Nicht wirklich besser. Nicht wirklich besser. ja das ist sehr gut neue tasche im king lor wald brauchst du die beste ausrüstung um zu überleben die beste ausrüstung habe ich eine andere vorstellung das ist eine andere vorstellung die beste ausrüstung die beste ausrüstung und die beste ausrüstung und die beste ausrüstung die beste ausrüstung die 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 z Danke für die Gaben. Danke für die Gaben. Danke für die Gaben. Ich weiß, wo eines eurer Totems zu finden ist. Danke für die Gaben. Danke für die Gaben. Danke für die Gaben. Ich denke, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Danke für die Gaben. Danke für die Gaben. Hoppla. Danke für die Gaben. Du kannst nun herausziehen. Danke für die Gaben. Danke für die Gaben. Danke für die Gaben. Die Gaben. Danke für 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 die Gaben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Es ist übelst nervig, wenn der Fuß immer einpannt. Mensch, wach auf, scheiß Fuß. Immer das gleiche. So. Weiter geht's. So muss ich hier mal wieder ermitteln. Ich frage mich, ob... Sieht falsch aus. Ich denke nicht. Nein. Vielleicht später. Es hat vielleicht zu tun mit... Nein. Sieht falsch aus. Nein. Nein. Nicht jetzt. Ich frage mich, ob... Nein. 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 Nicht jetzt. Aber was noch? Ich frage mich. 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 Ich frage mich, ob... Ich frage mich. Nein. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich, ob... steigt mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Ich frage mich. Dann plains Muito Liebe. Ich frage mich. Alles erledigt, denke ich. Ich wünschte, Neyjan könnte das sehen. Jemanden, der was tut und nicht nur redet. Anscheinend wollten sie es wirklich aufhalten. Sie haben das Fluggerät sogar verfolgt. Die Himmelsmenschen werden nicht so leicht aufgeben. Ich muss die anderen vor ihnen warnen. Sprich du mit Neyjan. Die restlichen Trümmer müssen hier irgendwo sein. Man kann es riechen. Du hast schon mit den Himmelsmenschen zu tun gehabt, oder? Viel Glück. ... ... ... ... ... Was ist das? Da sind sie. Können wir Ihren Baum nicht einfach in die Luft springen? Sie halten unsere Lager an, zerstören unsere Maschinen. Es reicht. Ernsthaft, ich riskiere doch nicht mein Leben für einen riesigen Haufen Metall. Öde. Ja, wie auch immer. Ich habe große Pläne auf Pandora. Dauert nicht lange und ich werde befördert. Die Farben an diesem Ort sehen surreal aus. Äh, sicher. Dieser Ort ist eine einzige große Pläne. Uns kommt bald etwas Action zu. Ich fühle mich ungesiegbar. Traumt im Raum. Traumt euch. Würdest du so viel Ziel üben wie Labern, wärst du absolut tödlich. Was ich gerade nicht für eine gute Tasse Kaffee geben würde. Und wieder Gelaber. Da starb Tag. Oh, es ist ja gar nicht wahr. Oh. Oh, fuck up. Ich hab ihn mit ihm geschenkt! Oh! Roger! die 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 Peter Mann, komm Das war's für heute. Das war's. Das war's. Das war's. Danke für die Gaben. Ah, ich muss den Heimat bauen. Okay. Okay. Jetzt gehen wir mal durch. Das war's. Okay. 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 verbessern 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 16 das ist interessant bleib wachsam kind schon wieder wonach suchst du denn heute nutzt das gut die tour ist jung sie ist naiv sie traut also nichts als nebel und pilze hoffentlich hab ich was für dich komm her wenn du mehr brauchst das ist wie ausgau Hier bin ich wieder zu drüben. Das ist auch ein Zimmerhaus. Ah, hier. Du bist okay. Was gefunden? RDA war am Fluggerät. Hab sie alle verjagt. Einer von uns hat es abgeschossen. Ist auch gut so. Hat verstanden, wogegen wir kämpfen. Hast du... Ja. Ich sehe mehr, als du denkst. Auch dich, Neyjan. Warte. Ich war nur auf Patrouille. Meine Route. Aber dann... dieses furchtbare Geräusch. Mir wurde ganz übel. Ich musste mir das einfach ansehen. Leider wurde ich entdeckt und musste fliehen. Das warst du? Du hast das Fluggerät abgeschossen? Ich hatte keine Wahl. Musste mich verteidigen. Ja, ja. Du hast gesehen, was passierte. Ich kann es nicht glauben. Nur um die Fehler zu vertuschen. Nein, so ist das alles nicht. Mein Vater spricht so stolz über mich mit Gartner. Sie erwarten so viel von mir. Unsere Leute sollten nicht unter meinem Fehler leiden. Ihr wolltet beide immer nur das Beste für euren Clan. Vertraue mir doch bitte mehr. Als guter Anführer muss ich meinen Leuten trauen. Für deinen Mut. In Zukunft musst du besser vorbereitet sein. Ich sehe gerade den, wo einfach ein Gehschnurrer gelaufen ist. Die winzigen Himmelsmännchen. Unsere Speere wird sich... Bessere Leine. Sehr schön. Schmücken wie Federn. So. Sprich mir nicht, wer sie in Kinglorn ist. Ich werde diesen Fehler nicht nochmal machen. Na gut, ich habe wieder einen Punkt. Das bedeutet, den kann ich jetzt nutzen. Dann... Ähm... Hier. So. Und dann muss ich wieder zwei Punkte sammeln für dann das Teil. Ich war ein Wald. Ich war ein Wald. So. Ähm... Was steht jetzt an mit den Aufgaben? Aufgaben... ... 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 Einer der Spinner hat mir erzählt, dass Katnath ein schämisches Kind war. Was? Unvorstellbar. Ein Fehler ist nur eine Lektion, die man noch nicht gelernt hat, oder? Ich muss meinen Ikran Hanisch ausbessern. Ja, aber nicht gerade der hellste. Ich muss meinen Ikran Hanisch ausbauen. Ich muss meinen Ikran Hanisch ausbauen. Ich möchte kurz mit dir sprechen. Ich habe mich von Furcht und Zorn leiten lassen, deinen Verlust missachtet. Auch wenn sie bei Ewa ist, erinnert mich meine teure Frau Asahi an alles, was uns geraubt wurde. Ihre Weisheit und Güte sind noch hier und in Etua. Etua und Du, ihr wandelt denselben Pfad entlang, doch dieser führt sie von mir weg. Sie ist wie ihre Mutter, ungestüm und starrsinnig. Ich möchte genauso furchtlos werden wie sie. Ich hielt Asahi im Arm, als sie starb. Auch sie war furchtlos. Wo du ein annehmbares Risiko siehst, sehe ich Krieg und Zerstörung. Mein Volk hat schon so viel verloren. Doch wenn ihr nicht kämpft, könnt ihr alles verlieren. Ganz kurz sahen wir den friedlichen Geist der Sargentu in dir. Aber sie sind wohl wirklich verschwunden. Ich muss die Dua finden. Finde E2. Wir werden keinen einzigen Tropfen Arana Heblut mehr verlieren. Ja, dass E2 nicht so scheiße ist. Hallo auch. Ich muss die Dua finden. Ah, welch herrliches Wetter. Ich könnte den ganzen Tag nur darin wahren. Er kann mir doch nicht die Schuld daran geben. Hast du... Unser Saaren Tu-Held ist zurückgekehrt. Deine Vorfahren wären stolz. Die Jäger haben mir von Sommys Tod berichtet. Himmelsmenschen machen sich nichts aus dem Schönen. Sie sind das Problem mit den Kinglor. Ich weiß es. Was jetzt? Wenn deine Mutter so geschaut hat, bedeutet dir das immer Ärger. Wenn du dich mit der Königin verbindest, zeigt sie dir ihren Schmerz. Ich verstand nicht, was ich sah. Vielleicht lehnt sie mich ab? Ich bin mehr Himmelsmensch als Na'vi. Du bist beides. Das ist deine Stärke. Deshalb musst du es tun. Dein Vater könnte uns verstoßen. Ich weiß, dass er Angst um uns hat, Nevika. Aber wir müssen es versuchen. Für ihn. Für uns. Die Wiese des Lichts bietet uns Schutz vor neugierigen Blicken. Ja. Ich bringe die Königin dorthin. Schau nicht so besorgt, Mayantu. Ein kleiner Stich und wenn du erwachst, bekommst du einen belebenden Nixie-Nektar. Ein Stich? Der Nixie-Nektar holt dich zu den Lebenden zurück. Jeder, der dieses Ritual mit der Kinglor-Königin wünscht, muss vorher Nektar sammeln. Nur Mut. Du bist mehr Na'vi, als du denkst. Und jetzt geh. Der Wald heilt. Jetzt. Sollte ich den Lektar finden. Sollte ich den Lektar machen? Ich will nicht die Artcon's Map zrennen. Das war's. Danke für die Gaben. Das war's. 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 Oh, das war's. 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 Vielen Dank. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Tochlidi besteht aus einem großen Blatt, das mit einem Netzwerk aus kleinen Knospen verbunden ist. Spüre diesen äußeren Knospen Druck. Durch Berühren oder Schüsse ziehen sie sich zurück. Ah, okay. Oh, 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 okay. Ich bin hier schon als Kind geklettert. Ich kenne alle Tricks. Oh, okay. 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 Ahem. Oh, come on. 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 Oh, 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 oh. Die Bindung ist wertvoll. Eure Leben sind für immer miteinander verknüpft. Genau hier ist John. Sie räumt sich auf. Schnapp! Alles gut. Entspann dich. Entspann dich. Entspann dich. Entspann dich. Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Das ging wohl schief. 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 Ich bin ganz oben in der Kolonie und versuche alles mit ihr zu bilden. Was ist das? 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 Ich gehe so langsam wie es geht zu diesem Ding und es stößt mich schon darunter. Was ist das? 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 Alles gut, entspann dich! Nein, geht... Beweis ihr, dass sie dir trauen kann. Ganz langsam, zeig ihr, dass du in Frieden kommst. Ganz langsam, zeig ihr, dass du in Frieden kommst. Sie ist handläckig. Sie findet das lustig. Beweis ihr, dass sie dir trauen kann. Ganz langsam, zeig ihr, dass du in Frieden kommst. Ganz langsam, zeig ihr, dass du in Frieden kommst. Ganz langsam, zeig ihr, dass du in Frieden kommst. Sie ist handläckig. Sie findet das lustig. Beweis ihr, dass sie dir trauen kann. Ganz langsam, zeig ihr, dass du in Frieden kommst. Sie ist handläckig. Sie findet das lustig. Sie ist handläckig. Sie findet das lustig. Ganz langsam, zeig ihr, dass du in Frieden kommst. Ich tue dir nichts. Sie ist handläckig. Sie findet das lustig. Ganz langsam, zeig ihr, dass du in Frieden kommst. Sie ist handläckig. Sie findet das lustig. Ganz langsam, zeig ihr, dass du in Frieden kommst. Ganz langsam, zeig ihr, dass du in Frieden kommst. Also irgendwie nervt es jetzt mich schon richtig, dass ich einfach nicht an das Ding rankomme. Oh je. Wow, ganz ruhig. Warte. Sie ist handläckig. Sie findet das lustig. Ganz langsam, zeig ihr, dass du in Frieden kommst. Ganz langsam, zeig ihr, dass du in Frieden kommst. Sie ist handläckig. Sie findet das lustig. Beweis ihr, dass sie dir trauen kann. Beweis ihr, dass sie dir trauen kann. Sie ist handläckig. Sie findet das lustig. Ah. Aber das ist hoffentlich dass sie nicht Alberto. Sie tun das lustig ist und sie dann anstrengt sie dir. Ich bin in Frieden kommst Hart. Aber da ist sie viel überhör. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ich glaube, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das Ding da jetzt hinkriege. Ich glaube, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das Ding da jetzt hinkriege. Ich glaube, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das Ding da jetzt hinkriege. Ich glaube, ich muss jetzt mal gucken, wie ich das Ding da jetzt hinkriege. Ich nenne dich Storm. Eine neue Bindung. Einzig und allein mit den Gedanken fliegen. Die Seele des Anderen berühren. Zwei Herzen, die eins sind. Du musst die Bindung stärken. Mit einer letzten Aufgabe. Wie mache ich? Ruf sie! Ruf nach deiner Iklan! Fliegt gemeinsam und festigt die Bindung! Ja, geschafft, Mädchen! Du warst das! Danke dir! Danke! Okay, überlegen wir. Fühlen wir. Kannst du schneller fliegen? Ja! Sturzflug! Hast du Hunger? Hast du eine Belohnung? Ja, möchtest du, oder? Ja! Wir für dich. Ja, ja! 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 Was ist das? Wir sollten jetzt los. Ich hoffe die Arana Helljäger werden uns helfen. Du hast bestimmt diese fiesen RDA-Balance gesehen, oder? Ich weiß nicht, ob wir das allein schaffen. Komm, lass uns Etua suchen. Schön dich zu sehen, Storm. Hm. Hm. Ah. 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 Schaltet sie aus! Schaltet sie aus! Ja, ja! Ja! Das gefällt dir, hm? Ja! Hey Popeye! Ja! The game is really great! The graphic is really awesome! The graphic is really awesome! The gameplay is really good! The Dow hat recht! Dieses Geräusch! Kann ich stoppen! Okay. Okay. Die Geräusch letzte Nacht! So etwas habe ich noch nie gehört. Ich hätte noch mehr Angst, wenn ich nicht wegen Schlafmangel dauernd so genervt wäre. Sobald sich eine Gelegenheit bietet, mache ich mich aus dem Staub! Okay. Okay, so meine Ekran! Oh, da ist sie ja. Was ist denn hier zu? Hm. Fliegen wir! Bist du der junge Sarentou? Können wir reden? Das Geräusch kam von einem Gerät der Himmelsmenschen. Sie sind nicht hier. Jemand hat es verloren. Keine Angst. Aha, nun. Denn ein Himmelsmenschengerät weniger ist gut. Ich sage es den Kindern. Die winzigen Himmelsmenschen? Unsere Speere wird sie schmücken wie Feder. Sehr schön. Was muss ich jetzt als nächstes machen? Stimmt, ich habe wieder zwei Fähigkeitspunkte. Die nutze ich natürlich. Ah, nein, ich muss noch warten. Da kann ich nämlich das Teil hier nehmen. So, was gibt es hier im Protokoll neu? Neues Rezept. Was für ein neues Rezept denn? Ah, da. Ah, da. So, dann nehmen wir. Ja gut, dies kann ich noch nicht machen. Oder ich dies hier. Wahoo! Wahoo! Alles! Wait! Just mal. Okay. Oh, ich bin für diese Szene. Oh, ich bin hier. Wie war das? Norma anger. Oh, ich bin. Oh, ich bin. So, ich bin. Oh, ich bin. Oh, ich bin,ailleurs. Und ich bin. Jaaa! Wie beunruhigend Kann ich weiterhelfen? Komm her, wenn du mehr brauchst Du bekommst so viel Aufmerksamkeit Der Wandschmuck ist so charakterlos Die reinste Mittelmäßigkeit Du willst dich verbessern? Steig Yo Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, sehr schön. Danke. 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 Wäre es trostreich, es zu finden? Etwas zu haben, was deinem Freund wichtig war? Es existiert nicht. Das ist nur einer seiner Scherze. Mehr nicht. Das ist nur eine Scherze. 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 Das muss Zuckiris Schnecke sein. Das ist nur eine Scherze. 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 Ich bin einiges schrecklichen Freund Dix. Hey Deco hat mich wieder erwischt. Wenn ich ihn in Ewa treffe, erzähle ich ihm davon. Ich werde Hey Deco davon erzählen. Ich freue mich auf seine Reaktion. Okay, was habe ich denn hier bekommen jetzt? Oh. 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 Also interessante Ahnung. Also. Aktivverstögerung durch Essen. Geil. So. Die Mission hatten wir dann auch hinter uns. Die können wir noch immer nicht machen. Obwohl ich könnte auch die. Wann werde ich Frieden finden? Los, Storm! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Vielen Dank. 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 Mist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, ich denke, wir können weiterreden. Ich... ich habe einen natter Wolf gesehen. Vor einem Labor. Dachte, es wäre eine Bestie. Hat mich aufgespürt. War fast... erleichtert. Ich lasse es dich wissen, wenn ich noch mehr Bestien sehe. Wir schaffen das. Danke für die Gaben. Danke. 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 Bestien hier. Es gibt bestimmt noch mehr. 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 Es gibt 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 noch mehr. Das ist auch sehr praktisch. Kochzutaten, das heißt nicht unbedingt die anderen Sachen, dann finde ich das hier sehr nützlich. So. Ich geh mal da hin, da sind neue Quests verfügbar. Okay, falls du kurz Zeit hast. Ich weiß nicht, mit wem ich darüber reden kann, oder wie. Vielleicht sollte ich nichts sagen. Schon gut. Ich höre dir zu, Jin. Okay. Danke. Es geht um Danny. Normalerweise geht sie immer mit den anderen raus. Aber in letzter Zeit macht sie Alleingänge. Sie sagten, sie sei nach Südosten gewandert, bis in den Krater. Und wenn sie zurückkommt, würde ich ziemlich keines Blickes. Weicht allen meinen Fragen aus. Hat nie Zeit zum Reden. Ist sie wütend? Nein. Wenn es nur so einfach wäre. Ich kenne sie. Es ist was anderes. Es ist wohl meine Schuld. Neulich habe ich etwas angesprochen, von dem ich wusste, dass sie es nicht mag. Ich dachte, der Zeitpunkt wäre passend und dass sie... Ach. Es ist nicht so wichtig. Ich kann nach ihr sehen, wenn du willst. Naja. Danny ist abgehärtet. Aber wie du weißt, lauern hier überall Gefahren. Es ist mir egal, wohin sie geht und was sie macht. Solange sie in Ordnung ist. Die RDA ist immer noch hier. Aber immerhin ist der Bohrturm abgeschaltet. Mehr Ausrüstung? Pass gut auf dich auf. Hier, meine Varin. Ich kann nicht nochden. Ich kann auch die Karte nicht gut aufbauen. Ich muss ja, was ich diese Malin crookedoken. Lass dich nicht erwischen. Es lief alles perfekt. John mit seiner Vision und ich als Stern in der Wissenschaft, zusammen unaufhaltbar, wollten alles anders machen. Wir wollten Navi und Mensch gleichzeitig helfen. Zusammen. Opfer mussten wir alle bringen. Einige. Ihr letztes. Aber die Wissenschaft, der Fortschritt, wir taten, was wir für richtig hielten, um THP umzusetzen. Und jetzt ist THP das Grab unserer Träume. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ich frage mich, ob andere Clans gehen. Ich habe schon gehört, was mit Mirsa passiert ist. Oh man, Hitset. Get Glesias. Vielleicht kann ich in der Basis von Mirsa noch ein paar Selbstenteile ergattern. Du brauchst was Neues. Ein guter Look ist nie falsch. Ich frage mich, wie ich wohl führen werde. Ich muss nun meinen eigenen Weg finden. Oh, du bist hier. Super. Ich brauche dein... Hast du die Verschmutzung durch die RDA gesehen? Wie sie die Flora beeinflusst? Ja. Es ist... Einfach widerlich. Stimmt. Und nicht nur die Pflanzen leiden. Tiere finden nichts zu fressen und leben im Schmutz. Die Navi verlieren ihre Nahrungsgebiete. Alles auf Pandora ist verbunden. Jeder Schaden betrifft das Gesamtsystem. Und den Widerstand. Wir müssen unbedingt weiter erforschen, aus welchen Pflanzen wir Nährstoffe gewinnen können, die für uns Menschen geeignet sind. Kranke Pflanzen können also nicht erforscht werden? Genau. Gerade untersuche ich eine Pflanze namens Flamingo-Orchidee. Für gute Daten brauche ich saubere Früchte. Ich weiß, wo sie im Überfluss wachsen, aber wir haben nicht viele Leute in den Feldlaboren. Wärst du so nett? Sollte mir die Leerkaufmachtung ansehen, liegt noch gutes Material rum, schätze ich. Kranke Pflanzen. Unser kühner Abenteurer kehrt zurück. Wie macht sich Sid? Gab es Schwierigkeiten? Soweit alles gut. Es war nützlich. Der kleine Sid. So hieß mein Bruder. Ein Tunichtgut. Er würde es hassen, dass ich seinen Namen benutzt habe. Ist das denn nicht ein Systeminteraktionsdeck? Ja, aber was glaubst du, wie lange ich nach diesem Namen gesucht habe? Es musste ja auch Sinn ergeben. Hab Jahre am Design gearbeitet, um Pandoras Lebensformen zu katalogisieren. Ich wollte meine Funde immer mit der verstorbenen Dr. Augustine teilen. Kennst du sie? Ich habe niemanden außerhalb der Tapp getroffen. Ich habe die Chance auch verpasst. Bin in den Wirren des Aufstands angekommen. Inspirierend. Obwohl ich viel zu spät war, um nützlich zu sein. Aber du bist geblieben. Hat es dir hier so sehr gefallen? Ich habe überlegt, umzukehren und direkt wieder nach Hause zu fahren. Aber das Wunder von Pandora. Die Möglichkeiten. Die Pracht ihrer Organismen. Allerdings vermisse ich Kaffee. Ich habe noch keinen angemessenen Ersatz nachbilden können. Du hattest recht mit Taylan. Ich bin froh, dass ich auf dich gehört habe. So, ich glaube, jetzt habe ich alle neue Infos. Alle neue Missionen. Aber gibt es... Nee, es gibt nur jetzt... Hier, sieh dich gerne um. Ich dachte, es wäre noch eine Händler drin. Denk daran, ziel niemals auf dich selbst. Dein Bogen. Darf ich fragen, was das für ein Holz ist? Ist das Weide? Ich weiß nicht. Muss es sein. Sehr biegsam. Aber kräftig. Wirklich hervorragendes Holz zum Arbeiten. Ich nehme was davon für draußen. Und mache alles etwas... Navi-freundlicher. Ich denke, Nora wüsste das zu schätzen. Priya hat erwähnt, dass die meisten von euch kein Metall mögen. Mir geht es auch so. Wieso kalten Stahl benutzen, wenn es warmes, lebendiges Holz gibt? Kalter Stahl klingt eher nach dem Stil der RDA. Ha, oder? Für die zu bauen war keine Freude. Aber bauen ist genau mein Ding. Ich hatte tatsächlich keine Ahnung, was hier draußen abgeht, bis Danny es mir gesagt hat. Sie hatte genug davon. Und Danny sagt sowas nie, also muss es schlimm gewesen sein. Du hast die RDA ihretwegen verlassen? Nun, natürlich. Sie ist meine Frau. Wir haben geheiratet, noch bevor wir die Erde verlassen haben. Das war erst vor ein paar Monaten. Aber durch die Reise sind wir seit Jahren verheiratet. Andere halten sie für kalt. Aber das ist Mist. Wer sie kennt, weiß das. Wuhu, 3%. Nja. Die unabwendbare Rückkehr. Gefunden im Hauptquartier des Widerstands. Autor Alexander Tremain. Es war auch zu schön, um wahr zu sein, oder? Wir hatten viele schöne Jahre auf Pandora. Natürlich auch mit vielen Überraschungen und Herausforderungen. Aber es waren gute Jahre. Aber die Eifreie Jahre, das ist nun vorbei. Wir bereiten uns auf den Kampf vor. Aber einige von uns sind nicht so bereit wie andere. Jake ist irgendwo da draußen und versucht die Glanz von einem proaktiven Angriff zu überzeugen, denke ich. Alma weiß mehr darüber, aber hat aber keine Zeit, uns zu einer Einheit zu formen. Wir ziehen in das westliche Grenzgebiet. Diesmal nicht nur, um in den Feldlaboren zu arbeiten. Nein, uns erwarten Abenteuer und Gefahren, was ein mulmiges Gefühl bei mir hinterlässt. Wenn ich nur daran denke, ich bin Wissenschaftler, kein Soldat. Ein Wissenschaftler, der das große Glück hatte, diesen wundervollen Mond mehrere Jahre studieren zu dürfen, ohne sich Gedanken über die ARDA-Verbrecher machen zu müssen. Aber genau aus diesem Grund muss ich mich ihnen stellen, um sie aufzuhalten. Sie haben mehr Waffenstärke als wir. Also müssen wir schlauer sein als sie. Natürlich werde ich auch auf Leute treffen, mit denen ich einst zusammengearbeitet habe. Okay, ja, richtig. Es beunruhigt mich zwar nicht sonderlich, da ich niemandem körperlich schaden muss, aber es beschäftigt mich trotzdem. Der Gedanke, dass aus Kollegen Feinde wurden, nicht nur, weil sie mir bei der Arbeit mein Sandwich aus dem Kühlschrank geklaut haben, sondern im Sinne von, wir führen Krieg gegeneinander. Vielleicht können wir noch andere überzeugen, die Seiten zu wechseln. Ich hoffe auf jeden Fall. Ich hoffe auf jeden Fall. Ich hoffe auf jeden Fall. Weil er nichts von Jake gehört. Aber sie scheint sich keine Sorgen zu machen. Er ist viel beschäftigt, denke ich. Ich bin ziemlich fertig heute. Keine Ahnung warum. Ich fühle mich so zerrissen, wenn ich mir die Neuen vom Widerstand ansehe. Sie sind zu gierigst aufgeregt. Sie sind zu gierig aufgeregt. Ja, gierigst aufgeregt. Selbst Priya, sie alle wollen die RDA fertig machen. Ich weiß, für sie ist es anders als für mich. Ich lebe schon ewig auf Pandora, sie nicht. Und mir war immer klar, dass die RDA zurückkehren würde. Und jetzt, da sie zurück sind, fühlt es sich an wie schon wieder. Ja, wirklich. Selbst wenn wir sie besiegen und von diesem Mond vertreiben, kommen sie doch nur irgendwann wieder zurück. Sie werden Pandora nie ruhen lassen. Niemals. Es ist einfach zu wertvoll. Ich frage mich manchmal einfach, was ich hier mache. Das stelle ich mir jeden Tag, wenn ich auf der Arbeit bin. So, also. Ich denke, ich kann dann die eine Waffe bei ihr kaufen. Neue Teile für die Luftfilter besorgen. Hier, sieh dich gerne um. Gerne kaufe ich mir die neue Waffe. Zack, neues Upgrade. Denk daran. Ziel niemals auf dich selbst. Noch ein Pad. Jake greift die Abbaustätten der RDA und die Lieferposten an. Das können wir hier auch. Die Abbaustätten befinden sich hauptsächlich in Sektor 3 und 4, aber... In meinen Augen sieht es so aus, als ob sie sich weiter ausbreiten. Keine Ahnung, nach welchem Prinzip. Priya denkt, dass die Ballons, die wir sahen, mit Scannern ausgestattet sind. Muss ich mir annehmen. Die Lieferposten greifen wir in kleinen Teams an. Rein und wieder raus, bevor die RDA sich die Lieferung holen kann. Ich versuche wirklich, meine Fehler wieder gut zu machen. Ob es langt, wird die Zeit zeigen. Sehr schön. So. Hast du... ...immer noch das Walkie-Talkie von Mercer? Es geht nicht mehr. Ich will es einfach behalten. Keine große Sache. Nein. Ähm... Es überrascht mich nur. Das ist alles. Ich... Ich weiß, es ist jetzt alles anders. Und ich muss stark sein. Nur... Ich habe immer... Aber wir müssen nicht alles von ihnen wegwerfen. Mercer wollte, dass Navi und Menschen zusammenarbeiten. Zusammenarbeit macht Wagnisse zu erfolgen. Nur gemeinsam können wir ein besseres Pandora schaffen. Weißt du noch? Mercer ist Pandora egal. Und wir sind es auch. Tja, trotzdem arbeiten wir hier mit den Menschen. Noch immer gemeinsam für Pandora. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der uns irgendwann verrät. Wieso besitzt er noch dieses Walkie-Talkie? Und irgendwie hat er noch eine sehr positive Einstellung gegenüber dem Mercer. Das gefällt mir nicht. Das wird ein Deserteur. Das weiß ich jetzt schon nicht. Ich muss irgendwo etwas Ware abbauen. Weil... Genau, die Lager, die Verstecke, die sind miteinander verknüpft. Ich schläge das rein. Nehme einfach das Essen mit. Ich habe viel zu viel gutes Zeug. Alles was lila ist, lege ich mal hier drin. Das ist für eine Quest, das lasse ich jetzt drin. Das nehme ich weg, 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 weg. Das muss ich nicht bei mir tragen. Behalte ich auch nur die lila Nässelchen. So, das ist gut. Genau. Ich gebe es doch irgendwo ein Grillen auf, wenn ich mich nicht irre. Ah, da ist der. Ich gebe es doch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss sagen, das Fleisch sieht richtig geil aus. So, was kochen wir noch? Ne, das benutze ich definitiv nicht. So, was ... Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, mein Beutel ist nicht schlimm. So, ich lasse zwei Spieße da. Ich koche mir noch das eine zusammen. So, ich lasse zwei Spieße. So, ich lasse zwei Spieße. Egal, behalte ich jetzt mal so. so, nächster Plan wir haben viele neue Quests dazu bekommen da bist du ja wir fliegen los danni war hier allein keine Spuren von anderen wohin ging sie danach wenig Gepäck Rationen ein schwacher Geruch aber wahrnehmbar ein schwacher Gepäck ein schwacher Gepäck danke für die Gaben ooo ha also gut wie viel hat Jindy erzählt er meinte er hätte etwas falsches angesprochen ja genau völlig unpassender Zeitpunkt er möchte eine Familie gründen eure Rückkehr gab Jinn Hoffnung doch ich konnte nur sehen was sie euch angetan hatten was sie uns antun werden was sie uns antun werden bist du deshalb hier draußen ja ich komme viel herum finde günstige Stellungen identifiziere mögliche Ziele ich versuche uns zu beschützen was das möglich ist viele hier haben keine Ahnung wie schlimm es werden kann ich schon frag die gefangenen Tiere ich konnte sie nicht schmerzlos befreien wo waren sie nordwestlich vom HQ wenn ich nur mehr tun könnte ich mach das schon so finde die gefangene Wildtiere die Daniela gesehen hat ho 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 ah das ja wer ist hier ein guter Junge du bist ein guter wer ist ein guter Junge du bist ein guter Junge du bist ein guter Junge ja guter Junge ok genug Gespräche weiter gehts ja ja ich glaube das ist ein guter Junge das ist ein guter ist so groß ja das ist das ist ein guter Junge Jaaa! Danny, die Wildtiere sind sicher. Gut. Gut, dass wir uns trafen. Unser Gespräch erinnert mich daran, dass... ich schon lange mit niemandem darüber gesprochen habe. Oder über etwas anderes. Bin im Hauptquartier, am Eingang. Reden wir... Ich treffe dich da. Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Okay. Danke für die Gaben. So, wieder ins Hauptquartier. Beim Quartier das bedeutet. Du bist zurück. Nur kurz? Oder... Hab ich eine Wahl? Ich sorge für unsere Sicherheit. Und die meines Mannes. Vielleicht solltest du mit ihm reden. Dich aussprechen. Er scheint dich sehr zu lieben. Jin trägt so viel Liebe in sich. Es wäre egoistisch, das an mich zu raffen. Natürlich will er eine Familie. Auf der Erde... ...fug sich in einer harten Gegend auf. Regiert von Leuten wie... ...Mersa. Ich werde nie den Blick meiner Eltern vergessen. Voll... ...Wärme... ...und Angst. Dass sie mich nicht beschützen können. Das Tier, das du befreit hast... ...wird diese Gefühle auch irgendwann erfahren. Soweit denkt es wahrscheinlich nicht. Es liegt in seiner Natur, Nachkommen zu zeugen und zu beschützen. Wie bei allen Eltern... ...denke ich. Ja. Dumme Instinkte und Liebe. Jin glaubt an mich. Er liebt mich zu sehr. Ich habe Angst. Wie soll ich es ihm sagen? Ich muss mit ihm reden. Ein Zuhause bauen. Mission abgeschlossen. Und wir haben einen Skillpoint. Das ist sehr schön. Ähm... Was für den Schalke... ...dich als nächstes aufbauen. Das eine ist das Jagen. Kannst nun aber so viele Spezialsperre... ...und Schusswachen gucken wie gewöhnlich bei dir tragen. Du kannst zwei Feitere Granate bei dir tragen. Also insgesamt fünf. So, ich denke ich werde das hier nehmen. Das mit den markierten Gegnern. Und dann das hier. Das sind nochmal fünf. Und dann nehme ich den hier... ...direkt nach. Das sind dann ganze 15% mehr Schaden. Und wenn ich sie markieren nochmal 15 drauf. Ich habe lauter tollen neue Rezept. Mein Rezeptbuch füllt sich. So... Was nehmen wir jetzt als Quest dann? Wir haben... ...noch immer diese Quest drin. Die wollen wir aber noch nicht. Äh... Es befindet sich in den... Es befindet sich in den... ...spinnenfeldern sehen. Ich glaube ich nehme die Quest jetzt. Erstmal gucke ich mal... ...wo diese Quest überhaupt ist. Äh... Die ist nicht her. Die ist da. Ähm... Was ich auch machen könnte... ...wäre... Hier ist noch eine Blume auf den Felsen. Dieses Geräusch ist eine Art Qual. Hören die anderen das auch? Oder ist das irgendein Test? Oh, mein Lieblings-Sarrento. Ich habe mich nie für deine Hilfe mit dem Geräusch bedan. Ach... Nicht nötig. Ich helfe gern. Nicht so schnell. Das Geräusch ist zurück und die Kinder fragen wieder. Leitau, du hast gesagt, das Geräusch geht weg. Es ist zurück? Ich sehe nochmal nach. Am selben Ort? Ja, in den Hügeln. Aber nachts. Immer nur nachts. Was, wenn wir die Quelle diesmal nicht entdecken? Die Neugierde der Kinder ist unendlich. Sie umschwärmen mich wie King Lor, nur weniger flauschig und sehr ermüdend. Aber wenn wir Respekt erwarten, müssen wir ihnen auch zeigen, dass wir Respekt verdient haben. Viertel, frischisch. Ich kann... Ich kann... Wart mal ein Eekon. Wir lassen drauf. So, was war es? Ich kann nicht. Okay. Jaaa Mann. Ich denke, das sind die hinteren Teile, wo wir hin müssen. Das ist jetzt etwas unmittelbar. Was ist das? Wenn du einen Nahkampfangriff ausführst, während du dich im Laufen befindest, verursachst du zusätzlichen Schaden. Je schneller du in der Luft unterwegs bist, desto höher der Bonusschaden, bis zum Dreifach, wenn das gewöhnliche Maximal wird. Und zwei Skillpunkte, das ist sehr gut. So, nächster Punkt, den wir besuchen, ist dieser hier, hier unten. So, nächster Punkt, den wir besuchen. Wir bewegen uns eigentlich absolut der Fall. So, wo sind wir? Da sind wir. Wir müssen auf die Inselplattform. Ich denke, das ist die da vorne. Ja, das wird diese. Wir müssen auf die Inselplattform. Wir müssen auf die Inselplattform. Wir müssen auf die Inselplattform. Oh, oh, oh. Hm? Hm? Fuck! Was ist das? Vielen Dank. Oh, the mist. 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 Cool. Cool. Ich versuche Fische zu fangen. Mach gerne mit, aber verschaffst ihn. Ich versuche Fische zu fangen. Eigentlich kann ich im Jagdbuch dies hier mal wegnehmen, das ist nicht mehr wichtig. Aber ich bräuchte die hier. Alex, ich bin jetzt da und suche nach der Frucht der Flamingo-Orchidee. Gut. Sie sind leicht zu finden. Groß, bunt. Die Blätter sehen aus wie Flügel. Sie schießen mit Samen, wenn sie bedroht werden. Letzteres kann sehr schmerzhaft sein. Also Vorsicht. Eine gefunden. Sieht reif und gut aus. Wunderbar. Such noch mehr. Je mehr, desto besser. Oh nein. Ich kann mich nicht konzentrieren. Alex, hier stimmt was nicht. Was meinst du? Ich fühle mich beobachtet. Das gefällt mir nicht. Hau lieber ab da. Ernsthaft. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wo ist's? Oh nein! Kann mich nicht konzentrieren! Oh nein! Alex, hier stimmt was nicht! Was meinst du? Ich fühle mich beobachtet! Das gefällt mir nicht! Hau lieber ab da! Ernsthaft! Oh nein! Oh nein! Alex, scheint als ob das hier auch ein Tanator-Versteck ist. Was? Ein Tanator? Bist du verletzt? Nein. Hab auch ein paar Proben für dich. Erzähle dir alles im Hauptquartier. Was? Ich sollte etwas Nettes für Jins holen. Vielleicht neue Teile für die Luftfilter. Ein Tanatorenbau? Stimmt. Weit abgelegen, keine Verschmutzung. Natürlich hätte ich da mit gefährlichen Tieren rechnen müssen. Und ich habe dich ohne Warnung losgeschickt. Wie dumm. Du wärst beinahe gestorben. Und ich habe nur ein paar Proben für dich. Ich hätte gern mehr geholt. Keine Sorge. Wenn die Proben gut genug sind, werden die Ergebnisse ausreichen. Und jetzt wissen wir auch, dass die Gegend gefährlich ist. Das wird Leben retten. Beim Erforschen von Pandora sind viele gestorben. Einige kannte ich gut. Sie hätten noch so viel tun können. Ich muss die Risiken besser abwägen. Ihr vertraut mir, wenn ich euch rausschicke. Ich muss beweisen, dass es die Sache wert ist. Deine Proben werden dabei helfen. Und wieder. Wir hätten fast alles verloren. Zum Glück wird Pandora heilen. Solltest du da draußen etwas Gutes finden, lass es mich wissen. Ich könnte ein besseres Gewehr gebrauchen. Nachschub scheint hier knapp zu sein. Gar nicht so viel anders als in meiner Heimatstadt. Man steht auf, kämpft. Man isst, wenn man Glück hat. Dann legt man sich hin und alles wieder von vorn. Ich dachte, bei der RDA wäre wenigstens das Essen gut. Falsch gedacht. Klar, dass du da weg bist. Ich hab gesehen, was ihre Soldaten den Leuten hier antun. Ich sagte, Jin, hol dein Zeug. Wir verschwinden. Er war auch froh zu gehen? Jin wäre überall froh. Gib ihm einen Ofen und etwas Holz zum Schnitzen. Er ist glücklich. Der Rest der RDA kriegt auch noch ihr Fett weg. Mehr Ausrüstung? Steigert Magazinkapazität. Verursacht beim nächsten Angriff. Nach Treffen einer Schwachstaff. Boah, ich kann mir die zwei kaufen. Ja, schütt. Was haben wir jetzt als Quest? Und dann machen wir die Hopps doch noch weiter, weil das kann ich so nicht machen. Und dies ist eine Stufe 8, die lasse ich auch noch sein. So, bevor wir jetzt weitermachen, gehe ich eine rauchen. Das ist ein wenig. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ...... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ... 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 Ja, komische Geräusche und dann ist es immer noch der Sackte in Instrumentenspiel. Du siehst aus, als könntest du Gefahren trotzen. Hilfst du uns? Eine der Sammlerinnen wäre beinahe von den Getrennten getötet worden. Kannst du sie finden und ihr Leiden beenden? Was für ein Material ist das? Gatnat weiß. Du bist zurück. Hast du diesmal Neuigkeiten? Ni Niang macht diese Geräusche. Er übt ein neues Instrument. Von einem anderen Clan. Die Sarantou sind begnadete Geschichtenerzähler, aber das klingt zu fantastisch. Er will das Instrument meistern und es dem ganzen Clan vorführen, wenn er bereit ist. Oh, das war kein Scherz. Ni Niang, diese Geräusche waren grauenhaft. So viel steht fest. Ich muss zugeben, dass mich seine Entschlossenheit beeindruckt. Vielleicht habe ich ihn zu schroff behandelt. Jetzt können die Kinder ruhig schlafen. Und ich warte auf Ni Nians Unterhaltung. Ich vertraue darauf, dass sich alles wieder fügt. Oha. Wieder was Neues. Ich stelle 15% Energie wieder her, wenn ein Status auf ein feindliches Ziel angewandt wird. clapping. Das ist um als auf cues 선택. Ich bin word", da liegt man lerne mensen, Quang. Oha. Ich glaube, wir werden die Ster~! Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das bedeutet... 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Okay. Ja! Ah, da ist noch eine Basis. Ah, da ist noch eine Basis. Ja! 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 Das ist... Das ist... Fliegen wir! Woah! Guck! mhm erst was essen Wischte ich diesmal genug Holz bei mir zu haben? 3 10 2 4 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 12 4 11 14 3 Was ist das? Oh, yeah. 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 Siehst du da unten? Da oben. Nicht mehr lang. Das ist ihr letzter Flug. Heute werden wir es beenden. Ihre Asche wird den Himmel verdunkeln. Ich werde sie ablen, ich werde sie ablenken. Die, die im Thor, ja. Ich werde sie ablen. Ja, ich werde es nicht mehr Mengen. Ja, ich werde sie ablenken. Ich habe die Kurschein gekündigt. Aber ich bin tierisch langweilig. Vergiss nicht. System und Ermittlungsländer sofort gebrüht. Durchsuche das Gebiet mehr fallen. Weinen dir die Dinge am Laufenden. Ah! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warte, 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 warte. Das war's für heute. Alle anstrengen den Alarmberein. Achtung, weit ist doch Gelände vorgedrungen. Achtung, weit ist doch Gelände. 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 Achtung. Achtung, weit ist doch Gelände. 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 Achtung, weit ist vor. Achtung, weit meaning. Die Basis verzeigte Bekanische Fehler. 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 Das ist cool. Die Basis verzeigte Bekanische Fehler. Die Basis verzeigte Bekanische Fehler. Das ist cool. Die Basis verzeigte Bekanische Fehler. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Los, Storm! Jaa! Ah, Schott. Etor, nein! Etor, nein! Alles gut? Alles gut! 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 Etor! Etor! Wach auf! Öffne die Augen! Komm schon! Da! Es hat geklappt! Siehst du? Die Blüten öffnen sich! Die Ginglor können wieder trinken! Bitte! Ich! Was kann ich denn tun? Ich bin der Grund! 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 Wir müssen die Augen nehmen! Sie hat behauptet, sie kann von den Waldgeistbrüchen aus ins Wasser. Etua ist verletzt. Versammle die Jäger. Wir fliegen sofort los. Etua! Du hast Schuld. Es war Dein Plan. Vater, stopp! Stopp! Seht, sie trinken wie der Selbst. Was ist geschehen? Es waren die Himmelsmenschen mit ihren Flugmaschinen. Ihr seltsames Signal hat die Blüten verschlossen und die Ginglor aus ihren Nestern vertrieben. Nur der Sarenthu hat mir geglaubt. Er hat es gefunden und zerstört. Allein. Ich wollte es euch sagen, damit ihr mit mir kommt. Doch der Sarenthu hat unsere Heimat gerettet. Genug. Etua hat recht. Es herrscht Krieg und Ewa schreit vor Schmerzen. Doch wir werden ihr Flehen nicht länger ignorieren. Etua und ich kämpfen an deiner Seite und führen unseren Clan zusammen. Sie werden uns kein Leid mehr zufügen. Wir werden das Land und den Himmel von ihnen befreien. für unsere Kinder und deren Kinder. Pandora wird frei sein! Ha! Was hab ich dir gesagt? Ich hab sofort an dich geglaubt. Ganz erwachsen. Bereit auch so auszusehen? Krieger des Volkes? Lasst alle Clans wissen, dass die Aranahe sich nicht vor dem Kampf scheuen. Hey, die Luftqualität wird zusehends besser. Unsere Daten belegen, dass es rund um das westliche Grenzgebiet grünt und blüht. Langsam, aber sicher kehrt überall das Leben zurück. Der Krieg. wasst die Erde aus anzunehmen. Wasst die Erde ist verschwennen? Oder wir demonstraten. Das geschwennen? Wasst die Erde ist das? Oh, und das? Wasst die Erde stellt. Und das? Wow, wir können den schweren Bogen upgraden. Und ich nehme schon die Rolle. Du siehst gut aus. Du willst dich verbessern? Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Und wann kommst du nach Hause? Almo möchte mit dir über unsere Marie-Freunde sprechen. Ich komme euch bald besuchen. Du siehst gut aus. Du siehst gut aus. Die Himmelsmenschen sind keine Gefahr. Sie sind winzig. Sie sind winzig. Wir sind keine zankenden Sessua. Das sollte Etua wissen. Ich sehe die Himmelsmenschen fliehen vor Angst. Aber werd nicht übermütig. Gartner bringt alles wieder in Ordnung. Das tut er immer. Gartner bringt alles wieder in Ordnung. Das tut er nicht. Ich bin nicht übermütig. Ich bin nicht übermütig. Das tut er nicht. Du siehst gut aus. Ich bin nicht übermütig. Saren, du. 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 Du musst der junge Saren, du sein, von dem Nevika pausenlos spricht. Ich höre, Nevika hat in der Webstube ein kleines Projekt für dich geplant. Sie fragt nach dir. Unter ihrer Führung wird letztlich jeder zum Weber-Lehrling. Willkommen. Was benötigst du? Ich höre, Herr, ich höre, ich höre. Bleib wachsam, Kind. Warum verlangt Nevika das von mir? Nevika hofft, dass du mir das Weben beibringen kannst. Du verwechselst mich mit einer anderen. Ich kann nicht einmal einen Ikran fliegen, um mein Material zu sammeln. Wie sollte ich dir etwas beibringen? Ich besorge, was wir brauchen. Nevika glaubt, dass du viel zu lehren hast. Das kann nicht sein. Warum würde sie denn so etwas sagen? Das weiß ich nicht. Ich bin nur hier, um zu lernen. Das heißt, wenn du mich als Schüler akzeptierst. Viel kann ich dir nicht beibringen, aber ich schätze, wenn du mir Quetschmoos bringst, kann ich dir vielleicht ein bisschen was zeigen. Ich bin nur hier, ich bin nur hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir bekamen unser E-Kern, also alles super. Und die Map sieht auch schon etwas klarer wieder aus. Es gibt noch sehr viele Gebiete zu entdecken. Zumal es hier hinten gibt es noch ein sehr großes Gebiet. Hier sehe ich gerade, hier ist noch eine Verbundenheit. Die werden für uns auch noch krallen. So weit es geht. Hier gibt es noch eine Bucht. Es gibt noch genügend zu entdecken hier im Spiel. Ich glaube, wir sind noch lange noch nicht da, wo wir sein sollten. Wie auch immer. Also, ich wünsche euch alle eine schöne Nacht. Und wir werden uns dann in ein paar Stunden wiedersehen. Ist ja schon wieder halb zwölf. Äh, nee, was? Eigentlich halb zwölf, äh, halb zwei. Also, bis später dann. Bis dahin. Vielen Dank.